Ist die Mütterrente und die Berechnung der Kindererziehungsjahre das gleiche? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Auch hier habe ich wieder eine Anfrage bekommen auf Rentenbescheid24.de. Meine Frage ist, ist die Mütterrente und die Berechnung der Kindererziehungsjahre das gleiche? Sie sagten, dass die Mütterrente nicht automatisch berechnet wird. Mir wurde gesagt, doch, ich fühle mich von der Rentenversicherung veräppelt, kann in meinem Rentenbescheid nichts Konkretes finden. Das ganze Thema ist im Beamtendeutsch geschrieben, sodass ich es nicht richtig verstehe. Bitte können Sie mir weiterhelfen. Also grundsätzlich denke ich nicht, dass ich gesagt habe oder dass einer aus meiner Kanzlei gesagt hat, dass die Mütterrente nicht automatisch berechnet wird. Na klar wird sie automatisch berechnet. Wäre die Voraussetzung für die Mütterrente 1, also zum 01.07.2014, der Zuschlag an Entgeltpunkten für die Kindererziehung um weitere 12 Kalendermonate oder die Mütterrente 2 zum 01.01.2019 dann auf 30 Kalendermonate hoch für Kinder oder für Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Diese Kindererziehungszeiten werden im Normalfall im Versicherungsverlauf, im Rentenbescheid mit erfasst. Es gibt aber eine Ausnahme davon und das sind die sogenannten Zuschlagsvarianten für Bestandsrentnerinnen. Wenn Sie also, liebe Anfragende, schon vor dem 01.01.2019 oder vor dem 01.07.2014 in Rente waren, dann bekamen Sie aus verwaltungstechnischen Gründen, aus Vereinfachungsgründen, pauschalisiert einen abschlagsfreien Zuschlag der entsprechenden Entgeltpunkte für die Kindererziehungszeiten, für die weiteren Kindererziehungszeiten, on top oben auf die Rente draufgerechnet. Das heißt also, wenn das so ist, dass Sie schon Bestandsrentner waren, finden Sie auf jeden Fall dann diese Zuschlagsregelung in der Summe der persönlichen Entgeltpunkte abgebildet. Wenn das nicht der Fall ist und Sie waren noch keine Bestandsrentnerin vor 2019 oder vor dem 01.07.2014, dann müssen Sie einfach ab Geburt Ihres Kindes einfach mal nachrechnen und zwar ab dem Folgemonat. Wenn das Kind also zum Beispiel am 01.07.1982 geboren wurde, dann rechnen Sie vom 01.07.1982 30 Kalendermonate und das muss im Versicherungsverlauf abgebildet sein mit dem Eintrag Pflichtbeitragszeit für Kindererziehung und gleichsam auch in verschiedenen Bescheiden, haben wir das öfter schon gesehen, wird dann auch noch die Kinderberücksichtigungszeit im Versicherungsverlauf mit abgebildet. Meistens steht sie aber am Ende des Eintrags des Versicherungsverlaufs mit drinne und zwar entweder für das eine Kind oder für mehrere Kinder dann die Gesamtzeit der Kinderberücksichtigungszeit abgebildet. Also im Normalfall ist die Mütterrente 1, Mütterrente 2 nichts anderes als die Erweiterung der Kindererziehungszeiten für Kinder, die vor 1992 geboren und in Deutschland erzogen worden sind und dafür bekommen Sie pro Kind 30 Kalendermonate oder umgerechnet 2,5 Entgeltpunkte im Maximum. Ja, also wir haben auch noch die sogenannte additive Anrechnung, das heißt also, ich hatte gerade gesagt 2,5 Entgeltpunkte im Maximum, heißt, dass das der maximale Entgeltpunktewert sein kann, den Sie für 30 Kalendermonate Kindererziehungszeit haben können. Wenn aber dann noch Einkünfte aus Pflichtbeitragszeiten parallel daneben stehen, kann es zu einer Anrechnung der entsprechenden Kindererziehungszeiten kommen, sodass diese möglicherweise sogar noch geringer ausfallen. Also das ist auch manchmal möglich. Also, Frage beantwortet, Sie finden auf jeden Fall die Lösung im oder die Antwort Ihrer Fragen im Rentenbescheid. Entweder prüfen Sie bitte nach, Summe der persönlichen Entgeltpunkte erhöht sich um einen entsprechenden Zuschlagswert oder aber in dem Versicherungsverlauf ist pro Kind vor 1992 geboren, eine Kindererziehungszeit von 30 Kalendermonaten eingetragen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Klick, 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 klick... Vielen Dank.